Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1448. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich sende herzliche Grüße an meine Familie in Australien. Wir sehen uns viel zu selten. Ich sende herzliche Grüße an meine Familie in Australien. Wir sehen uns viel zu selten. Ich sende herzliche Grüße an meine Familie in Australien. Wir sehen uns viel zu selten. Für unsere Haustiere kann man viele nützliche Dinge kaufen. Für unsere Haustiere kann man viele nützliche Dinge kaufen. Kannst du mir das Spiel erklären? Ich weiß nicht, wie es geht. Kannst du mir das Spiel erklären? Ich weiß nicht, wie es geht. Kannst du mir das Spiel erklären? Ich weiß nicht, wie es geht. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Im Spätsommer ist Weintraubenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Im Spätsommer ist Weintraubenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Im Spätsommer ist Weintraubenzeit. Die Beeren werden im September und Oktober geerntet. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Du kommst spät. Ich habe nicht mehr mit dir gerechnet. Du kommst spät. Ich habe nicht mehr mit dir gerechnet. Wir recherchieren gemeinsam für unser Seminar in der Bibliothek. Wir recherchieren gemeinsam für unser Seminar in der Bibliothek. Wir sind eine Gruppe von Balletttänzerinnen. Wir proben für unseren Auftritt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. In einem Raum der Arztpraxis befindet sich ein Modell eines menschlichen Skeletts. In einem Raum der Arztpraxis befindet sich ein Modell eines menschlichen Skeletts. Dieser Apfel stammt vom Apfelbaum in unserem Garten. Ich habe ihn gerade selbst vom Apfelbaum gepflückt. Dieser Apfel stammt vom Apfelbaum in unserem Garten. Ich habe ihn gerade selbst vom Baum gepflückt. Dieser Apfel stammt vom Apfelbaum in unserem Garten. Ich habe ihn gerade selbst vom Baum gepflückt. Hast du das gelesen? Das ist das Protokoll unserer gestrigen Sitzung. Ein wichtiger Punkt fehlt. Hast du das gelesen? Das ist das Protokoll unserer gestrigen Sitzung. Ein wichtiger Punkt fehlt. Heute war es gut in der Schule. Ich habe den Test bestanden. Heute war es gut in der Schule. Ich habe den Test bestanden. Der Mann unterstützt sein Land während der Weltmeisterschaft. Der Mann unterstützt sein Land während der Weltmeisterschaft. Wir tauschen noch weitere Informationen aus. Dann muss Regina wieder arbeiten. Wir tauschen noch weitere Informationen aus. Dann muss Regina wieder arbeiten. Ich begeistere Kinder mit meinen Darbietungen, aber es wird auch Erwachsenen Spaß machen. Wir haben eine App entwickelt, die dir den Alltag erleichtern kann. Möchtest du sie testen? Wir haben eine App entwickelt, die dir den Alltag erleichtern kann. Möchtest du sie testen? Möchtest du sie testen? Wir haben eine App entwickelt, die dir den Alltag erleichtern kann. Möchtest du sie testen? Ich habe das gerade durchgerechnet. Wir können es uns leisten. Ich habe das gerade durchgerechnet. Wir können es uns leisten. Das Rad des Autos wurde durch eine Parkkralle blockiert. Das Rad des Autos wurde durch eine Parkkralle blockiert. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. 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 Ich muss für das Übergewicht bezahlen.